Moin, herzlich willkommen bei den Cargo Bike Lovers. Wie immer hinter der Kamera der Julian und ich bin zwar der Kamera der Danny. Moin. Wir haben vom Unit das Unit Electric zum Testen bekommen. Das ist ein Rad, was mit seinem Design und seinen kompakten Maßen von 1,77 Metern herausragend hervorsticht, würde ich sagen. Wir haben hier eine ganz ungewöhnliche Kombi, die es so wohl kein zweites Mal gibt. Und zwar haben wir vorne einen 16 Zoll Reifen und hinten einen 18 Zoll Reifen mit jeweils die Schwalbe Pickup Bereifung hinten drauf. Und vorne natürlich auch. Hinten eigens hergestellt für Unit von Schwalbe, weil 18 Zoll gab es vorher nicht. Diese Schwalbe Pickup Bereifung ist auch eine super Serie und einmalig für Cargo Bikes hergestellt. Außergewöhnlich finde ich dieses AWOS Speichenschloss hier vorne dran montiert, was ja meistens eigentlich hinten ans Hinterrad montiert ist. Hier haben sie es hier vorne gemacht. Wir haben hier eine super Beleuchtung, die geschützt ist durch den Korb hier vorne oder hier oben. Wir haben hier ein Plastikschutzblech, eine Zweikolbenbremse von Magura verbaut und natürlich mit den passenden Bremsscheiben dazu. Wir haben, was auch wirklich, was ich außergewöhnlich finde, ist, wir haben hier die Lenkstange und wir haben hier auf der anderen Seite einen Lenkungsdämpfer verbaut. Hm, was soll ich dazu sagen? Also es ist außergewöhnlich. Die Fahreigenschaften ist auch sehr gewöhnungsbedürftig durch den Lenkungsdämpfer. Aber dazu gleich mehr. Gehen wir weiter. Wir haben hier das Außenmodell, ist die Family Carrier und innen drin ist der Dockseed verbracht oder angebracht sozusagen. Also hier sieht man die Kindersitzgurte, weil diese Box hat Platz angeblich für zwei Kinder. Ich sehe hier leider nur ein Kind drin, weil irgendwie ist das ein bisschen schmal. Oder es sind zwei Kleinkinder. Das würde vielleicht gehen. Aber Napoleon ist viel besser da drin. Ja, wie ihr seht, wir haben hier Napoleon drin und was richtig cool ist, finde ich, an diesem Dockseed ist, dass hier eine integrierte Leine ist. Wir haben sie zu Anschauungswecken mal hier oben lang geführt. Eigentlich gehört sie hier unten dran montiert. Man hat hier einen Reißverschluss, da kann man sie durchführen und der Hund ist hier sehr gut gesichert und kann nicht raushüpfen. Brava, Napoleon. Kommen wir zum Antrieb. Wir haben hier einen Carbon Gates Riemen verbaut. Wir haben einen Shimano EP6 Motor, dazu den 500 Wattstunden Akku und wir haben hier noch die Nexus 5 als Di2 Variate. Di2 und mit der Kombi Shimano Motor heißt auch immer automatische Schalten. Richtig schön finde ich auch das integrierte Rücklicht ins Schutzblech. Zu der Ladefläche ist noch zu sagen, wir haben hier 1, 2, 3 Stellspanner, die die Ladefläche sichern und dementsprechend das leichte An- und Abbringen der Ladefläche ermöglicht. Und es gibt noch ganz, ganz, ganz viel mehr Zubehör dafür. Man spricht hier quasi auch von einem Pro, weil hier ist eine Nabe vorgesehen, Quatsch, eine Aufhängung vorgesehen für die Cala Cargo. Vorne eine Ladefläche, die eigens über einen eigenen Ständer verfügt. Und genau, schaut doch einfach bei der Radelbande vorbei, die haben ein Video dazu gemacht. Zu dem Unit ist noch zu sagen, was ich sehr komfortabel finde, der tiefe Einstieg. Kommen wir nun zum Cockpit. Wir haben hier ein EN 500 Display von Shimano. Dieses ist hier in drei Stufen schaltbar. Eco, Turbo und Boost. Steht hier zwar nicht, aber ich weiß das, also ich kann es mir gut vorstellen, dass das so ist. Hier den An- und Ausknopf, hier den An- und Ausknopf für die Beleuchtung. Ja, und so die üblichen Kilometer und Gesamtkilometer. Genau, und natürlich die Anzeige, wie voll der Akku ist. Die hydraulischen Bremsgriffe von Magura befinden sich hier vorne, da wo sie auch hingehören. Und die Kombi zwischen Nexus Di2-Nabe und Motor, also Shimano-Motor wohlgemerkt, ist natürlich eine Automatikschaltung mit inbegriffen. Diese kann man aber auch hier manuell beeinflussen. Wir haben hier noch ergonomische Begriffe am Lenker und der Lenker ist hier von Ergotech auch noch höhenverstellbar. Und jetzt, auf zur Probefahrt! Unsere Meinung ist, das Unit ist ein tolles Lastenrad für alle, die ein kompaktes, wendiges, flexibles und wartungsarmes Rad suchen. Die unterschiedlich großen Reifen und der kurze Radstand bieten zwar ein gewöhnungsbedürftiges Fahrgefühl, sorgen aber gleichzeitig für Wendigkeit und eine kompakte Form. Das Unit ist also eine interessante Alternative zu klassischen Lastenrädern. Wer ein kompaktes, wendiges, flexibles, wartungsarmes und alltagstaugliches Rad sucht, der sollte das Unit unbedingt mal ausprobieren. So, das war es dann auch schon von unserem Video zum Unit Lastenrad. Wenn ihr euch für das Rad interessiert, solltet ihr das unbedingt einmal Probefahren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal auf Instagram und YouTube und aktiviert die Bingeling-Glocke. In diesem Sinne, ciao, eure Cargoberg-Lovers.